Hi liebe VU-Fans! Wie ihr mitgekriegt habt, haben wir unsere Saison vorzeitig beenden müssen, leider. Jetzt ist einmal ganz wichtig, dass ihr alle da oben blieben, so wie wir auch. Schaut, dass ihr euch da oben frei machen, mit eurer Familie oder mit wer man immer in Isolation gehen sollte. Ich denke, dass das die einzige richtige Maßnahme ist. Ich bin froh, dass wir als VU-Familie oder der Mitgliedstaaten diskutieren zum Witterträger. Dann habe ich einen Appell an meine Schüler, wir als Corona-Task-Force-Bekämpfungsagenten werden, wenn das so schnell wie möglich hinter uns bringen, also schauen, dass ihr die Arbeitsaufträge alles gut erledigt und dann sehen wir uns bald wieder. Also blieb daheim und blieb gesund!